Ja, 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 ja. So schaut's aus. So, mal gucken. Nach was? Gucken nach dem einen Fußboot. Den Pfad. Genau. Dass du den schon mal da rein tun kannst. Wohin soll. Genau, 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 genau. Ja, schon ein ordentlich breiter Gang. Siehst du? Ja, trotzdem ganz imitrig ist es auch nicht. Hier müsste ein bisschen mehr Weg hin, oder? Hm. Lass das noch weg, das da noch weg. Das ist ein Stein. Hast du wieder unten hingepackt? Ja. 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 Sonst wärst du mich wirklich zu dünn. So ist besser, ne? Ja. Ja, so ist besser. Gut. Gut, 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 gut. So. Ich geh mal schlafen. 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 Muttiasein. Gießen ist jetzt sowieso nicht mehr so viel. Ja. Jetzt hat man auch die Chance, mal ein bisschen zu bauen. Nein. Jetzt ist immer das Schwierige zu entscheiden, tut man bauen oder tut man farmen. Alle? Ja. Das stimmt. Aber man braucht ja was Geld. Ja. Mal anzahlen. Also, das kann man ja nicht bauen. Leider. Jetzt können wir erstmal ein bisschen dies machen. Es regnet. Wahnsinn, dass wir das erleben dürfen. Hm. Das Festival ist zu Ende. Ah, okay. Hätte einem doch Bescheid gesagt. Aha, er hat Hunger. Der kleine Platz. So. So. Ich wünsche noch mehr Essen. Ja. Ich wünsche noch mehr Essen. Bei den beiden. Äh. Mit dem Inventar unten. Genau. Kaka. So. Jetzt kannst du es gut ernten kannst. Ich glaube zwar nicht. Aber vielleicht auch den Mais. Jupp. So. Schön. Auf jeden Fall. Ja. Flup, die Tal ist voll. Ähm, da hat die da. Was hast du denn erst gemacht? Hattest du Mais habe ich schon da drin? Ja, ja. Hattest du noch Mais gehabt? Vielleicht noch die Eier? Achso, geht das voll. Egal. Na ja, Eier kannst du ja auch noch kochen. Ich habe jetzt gar kein Dach bestellt, ne? Nein, kein Dach. Weil ist ja nicht schlimm, du musst hier erstmal gucken, wo du räumen machst. Ja, das stimmt. So, achter Fußboden. Okay, jetzt machen wir erstmal hier vorne. So ein bisschen. Ja, du musst es ja nicht komplett machen direkt. Du musst es langsam machen, dass es dunkel ist. Ja, dummerweise. Das geht nicht schnell. Ja, aber trotzdem machst du es. Ja, ich versuch's ein bisschen. Eigentlich muss ich hier auch gar nichts reinsetzen, oder? Aber du brauchst es, dass die Wand nicht einstürzt. Ja, dann mach's mal in den Ecken. So. Das ist dann der Anfang vom Haus. Ah... Ah... Ja... Joah... Wollen wir es mal gucken... Naja, 4 musst du schon machen. Da jetzt ein Fenster mit reinrechnen. Ein großes. Ist erstmal komplett umrunden hier. Kannst du machen. Aber was kommt da drunter um? Ich wollte es eigentlich erstmal billig halten, aber... Ja, mach doch erstmal einfach die Ecke da fertig. Vielleicht erstmal einfach nur so? Mhm. An der Ecke? Ach so, ja. Da kannst du ja auch eine Tür irgendwo durchmachen, wo in den nächsten Raum führt. Ein Beispiel. Ja. 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 Die zwei Uhren habe ich nicht bestellt. Stimmt. Also bei einer Ecke solltest du schon ein Fenster drin haben. Ich kann sie aber noch raushauen. Wir haben auch gar keine Fenster. Da muss man zu sich denken. Es gibt ja die Breiten und sowas brauchst du auf jeden Fall. Ja. So. So kann ich das auch machen. Ne? Hm. Okay. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich auch nicht. So. Das ist ja dann quasi ein riesiger Durchgang, den du noch offen hast. Wenn du dann anbaust. Ja. Dann kann ich... Dann weiß ich immer wieder raus. Dann kann ich die Wand wieder rausreißen oder die Tür reinmachen. Mal gucken. Wir haben gar nichts Dachmäßiges hingestanden. Ne. Na okay. Wenn man sagen muss, es gibt eh zwei Stopp, weil wir kommen da ja sowieso noch mal rein. Das wird ich gleich eng an engen lassen? Wie eng an engen? Ja. So wie es jetzt hast du eben. Ich dachte immer so mal einen Platz dazwischen frei, weil... Oh man. So. 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 Wie sind wir noch? Zwei zu wenig. Zwei? Zwei Large Fish Display. Das ist noch Large Fish Display. Ja. Warum ist das auch noch zu wenig? Hä? Also Dach und beliebige Blöcke, das ist schon fertig. So toll. Wir haben jetzt ein Dach gebaut oder was? Zwei Large Fish Display, zwei Small Fish Display und... Ja. Ja. Dann funktioniert es wohl nicht. Das ist aber doof. Okay, man kann trotzdem noch dieses Dach da... Ich würde das Dach holen, wo diese Dachstreben drin hat. Einfach nur, dass es schon mal dicht ist. Die haben 10 gekostet. Dachstreben? Ja. So hieß bei dir ja auch ein Haus drin, als die so streben. Ah, ja. Okay. Ich guck mal. Die haben 10 gekostet. Jetzt gucken wir erstmal nach... Uhr. Uhr. Zwei Stück. Uhrenturm Zifferblatt. Ah, einen Uhrenturm würde ich glaube ich nicht machen, ne? Nein. Das ist gleich wie beim Rathaus ist. Ja. Das ist zu groß, glaube ich. Das Glock. Ja, das ist... Beides ist das gleiche. Okay. Nur die eine ist schon eingedeutscht, die andere nicht. Hm. Okay, jetzt mal gucken, ob ich da noch Fisch... Na gut. Bugelfisch. Und der Fisch hast du sehr vieles. Hier, kleine Vitrine für Fische. Ja. Große Vitrine. Und das haben wir doch schon. Ja. Funktioniert dann wohl nicht. Display. Haben ja schon alle gekauft. Ja. Also... Funktioniert jetzt nicht. Hm, jep. Schade. Das kann man ja weitergeben. Ja. Okay, Dach wolltest du ja? Ja. Ja. Wie heißen die Dinger, weißt du das? Nein. Wenn ich sie sehe, kann ich dir das sagen. Ja. Nach Dach gucken. Nein. Nee, das müssen sie nicht. Na ja, oft die, die kommen ja ein bisschen unterhalb dran und dann kannst du oben drauf noch den Fußboden drauf machen. Hm. Nein. 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 Oberer Holzboden. Dann ist es vielleicht unterer Holzboden. Oder man kann sie nicht mehr kaufen. Okay, das ist aber dann schon ein bisschen... Genau die da meine ich. Deckenbalkon. 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 Deckenbalkon heißen die.